Hallihallo, wie geht's? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dandy. Ich hab gerade schon den Briefkasten, äh, in den Briefkasten reingeschaut, Freunde, und da ist was richtig cooles drin. Und zwar eine Karte und ein Brief. Wir lesen den Brief mal ganz kurz vor. Hallo, in der Nähe der Bank ist ein geheimnisvoller Bunker aufgetaucht. Findet ihn und die Welt mit einem Millionen Diamanten belohnt. Und ein Fremder. Hey, Leute, wie cool ist das denn? Damit muss ich unbedingt zu Icky und Lix gehen und dir davon erzählen, wir müssen diesen Bunker finden. Oh mein Gott, wie cool das wäre, wenn wir so richtig viele Diamanten finden würden. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und schreib mal süßes Kommentar, dann blende ich dich ein. Und vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, Leute. So, da ist Ickys Haus, der wird sich freuen. Oh mein Gott. Icky? Icky? Und dann kam sie und dann meinte sie, go. Hallo? Hallo, Leute, 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 Leute. Es ist was super cooles passiert. Was denn? Ihr glaubt mir das nicht. Ihr glaubt mir das nicht. Und zwar habe ich hier einen Brief bekommen. Ein Brief. Ich weiß nicht, da stand einfach ein Fremder. Da stand drin, hallo, in der Nähe der Bank. In der Nähe der Bank ist ein geheimnisvoller Bunker aufgetaucht. Findet ihn und ihr werdet mit einer Million Diamanten belohnt. Ein Fremder. Und da habe ich so eine Karte. Genau. Und das heißt, in der Nähe der Bank. Aber welche Bank denn? Meint ihr denn? Ich. Ich weiß welche. Hä? Klar wissen wir das. Hier, guck. Hier? Vielleicht hier irgendwo. Bank. Hey, mach mal einen Rasen nicht, Herr Kurs. Ja, wir müssen gucken. Leute, wenn wir so eine Million Diamanten finden, wie cool wäre das? Dann wären wir bei ihm. Nein, mein Rasen ist wichtiger. Hey. Wir müssen die Rasen reparieren von dem Geld. Hier ist nix. Hier ist nix. Mann, welche Bank denn? Vielleicht ist hier irgendwo eine andere Bank. Oh, Leute, welche Bank denn? Nicht, dass das irgendwie so ein schlechter Scherz ist von jemandem und dann ist da gar nix. Wartet mal. Wartet mal. Es gibt ja zwei Arten von Bänken. Einmal eine Sitzbank und einmal... Da vorne ist noch eine. Komm mit. Ja. Dann lass uns mal mal die Sitzbank da... Ah, hier. Hier, hier. So. Da bestimmt. Hier vielleicht. Oh, Leute. Ich guck hier. Ich will so viele Diamanten haben. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen diesen Bunker finden. Leute, Leute, Leute. Was ist denn? Ich weiß jetzt. Ich kenn das Rätsel. Und zwar... Weil, warum lachst du? Ha. Ihr Dullis. Kommt mit. Leute, IK hat einen Gedankenblitz. Gott, oh Gott. Was ist denn los? Sag doch. Spann uns nicht auf die Folter. Folter. Siehst du, wo ich hinschaue? Ja, auf diese Bank hier. Hm, nein. Hä, was dann? Die Leute wollen es alle erfahren jetzt. Spann uns nicht auf die Folter. Stell dich mal hier hin. Okay. Ja. Jetzt schau mal. Geradeaus. Genau da. Ja. Bleib noch. Und jetzt guck zu mir. Wo bist du denn? Ja. Hier. Die Bank wird gemeint. Meinst du? Ah, wie schau... Ja, natürlich. Dann hier mit Sicherheit. Hier ist gar nichts. Mann, ich glaube, das ist ein schlechter Scherz. Reingelegt schon wieder. Guckt mal da hin, Leute. Ach, Icky, was ist denn los? Wohin? Da ist ein Gebäude. Und wie nennt man dieses Gebäude? Ich weiß nicht, was für ein Gebäude das ist. Was ist das denn für ein Gebäude? Fitnessstudio? Fitnessstudio? Hier ist doch ein Fitnessstudio. Kommt mal aufs Fitnessstudio drauf. Okay. Und jetzt guckt mal hinter die Tankstelle. Was ist das für ein Gebäude? Was ist da für ein Zeichen drauf? Oh mein Gott. Icky, du bist ein Genie. Das ist natürlich eine Bank. Genau. Die Bank wird gemeint. Ich glaube, das macht ja auch Sinn, weil bei einer Bank ist. Geld und Diamanten sind auch Geld. Das heißt, das muss es sein. Was ist los? Wir können doch nicht einfach in den Tresor einbrechen. Ja, aber da stand ja in dem Briefstein in der Nähe der Bank. Da stand nicht drin in der Bank. Lass uns... Wollen wir hier runterspringen? Oh Gott, das ist schon hoch. Nee, nee. Lass mal... Und hier. Komm mit. Ich mach's jetzt. Dann mach. Icky, meine Beine sind... Das würde mir wehtun. Komm. Icky, Icky. Geld, Geld. Äh, nein. Ich mag schon Diamanten so. Ich komme. Oh, wo bist du? Oh, ich... Wo ist sie denn? Icky. Ich bin hier. Ja, komm rüber. Oh, nein. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wir suchen schon mal. Oh, Leute. Wo könnte das sein? Sicherheitskameras? Oh, Gott. Du müsst aufpassen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Gleich hier. Oh, Gott. Nicht, dass uns niemand sieht. In der Nähe der Bank. Oh, Leute. Wo soll denn hier irgendwo etwas komisches sein? Nein, wir werden es niemals finden. Wieso ist denn hier kein Rasen drauf? Ich weiß wieso. Wieso? Weil hier dieses Schaf. Siehst du das? Ja. Das hat das ganze Gras gegessen. Gott. Meinst du... Warte, soll ich das mal aufmachen? Nee, das ist doch nur Gras von einem Schaf. Oh, mein Gott. Icky. Was? Das sind Diamanten. Sind das echte Diamanten? Das ist waschechte Diamanten. Ich hoffe, Jungs. Scheint so. Wartet mal. Mach mal auf hier. Oh, Gott. Ist das tief? Da kommen wir doch niemals runter. Warte. Leute. Hä? Was denn? Was? Du hast... Nein. Du hast eine Spitzhacke? Aber mit einer Spitzhacke kommen wir doch nicht runter. Ich meine, klar, wir können die Diamanten dann abbauen, aber wir kommen ja nicht runter. Wie soll ich denen runterkommen? Wir probieren es. Wie denn? Wir müssten irgendwie... Leute, wir haben den Diamantenbunker gefunden. Wir werden reich. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich gehe da jetzt runter, Leute. Ich will Diamanten haben. Warte, warte. Ich gehe nicht so schnell. Nein. Au. Ah. Lass uns die schon mal abbauen. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin erster. Wer mehr Diamanten sammelt, hat gewonnen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, jetzt aber schnell. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Aber da geht es ja weiter. Da waren noch mehr Diamanten. Oh, meine, 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 meine. Ist das doch auch selten? Wie viele habt ihr? Ne, das ist Kohle. Wie viele habt ihr? Wie viele Diamanten habt ihr? Ich habe neun. Du, Icky? Vier. Ich habe vierzehn Diamanten. Wow. Yeah. Leute, geht es weiter tiefer runter. Oh, Gott. Oh, ich will nicht als erster gehen. Geh du, Dandy. Ist Diamanten. Meine, meine, meine. Meine, meine, meine. Icky, du Blödmann. Ich habe jetzt Diamanten bekommen. Oh, ich gehe tiefer. Aua. Aua. Wie ist das? Ich gehe noch tiefer runter. Geh, geh runter. Ich gehe nicht als erster. Ich will aber auch nicht als erster. Da ist eine Tür. Warte, Lix. Warte, warte. Da könnte was gefährliches sein. Aber vorher nehme ich die Diamanten hier. Gott, guck mal. Hinter der Tür sind auch Diamanten. Ich will nicht da durchgehen. Was für ein Monster ist. Warte, ich nehme noch den. Oh Gott, oh Gott. Riecht voll oder du als erster, Dandy? Du bist der Stärkste, glaube ich. Nein, du. Oh, Mann. Du bist stärker. Ich bin doch nicht stärker. Okay, Leute. Wir gehen jetzt in den geheimen Raum. Und hoffentlich sind da noch mehr Diamanten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf drei stürmen wir den Raum, okay? Okay. Okay. Zwei. Drei. Drei. Ist hier was? Hier ist niemand. Warte. Sieht total harmlos aus. Baut erst mal die Diamanten ab. Baut erst mal die Diamanten ab. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, oh Gott. Oh ja, her damit. Oh Gott, oh Gott. Irgendwie habe ich Lust auf Survival Minecraft, wenn ich das hier so abbaue. Ja. Oh Gott. So viele Diamanten. Diamanten. Leute, mögen die Diamanten? Schreibt mir in die Kommentare. Oh Gott. Und, tschack. Haben wir alle abgebaut? Oh, da ist jemand, da ist noch ein Diamant. Nein, da habe ich vergessen. Aber wartet mal, hier sind noch Kisten. Hä? Warte mal. Die sollen da drin sein. Jeder macht eine auf. Okay, jeder macht eine auf. Auf drei. Du als erster. Warte, 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 doch nicht. Nicht auf drei. Du guckst dir alle an. Okay, ich gucke mir drin, was du... Ich sage aber nicht, okay? Okay, ich mache jetzt dafür auf und dann... Mal gucken. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, Leute. Das sind so viele Diamanten. Oh Gott, oh Gott. Alter, die Diamanten habe ich noch nie gesehen. Warte, was ist denn an den Kisten drin? Mach mal. Auch Diamanten. Und was ist hier in der Kiste drin? Auch Diamanten. Leute, ich... Was, wenn das eine Fälle ist? Ich weiß nicht. Jeder nimmt sich an die Kiste und wir rennen einfach weg. Okay. Schnell, alles nehmen. Alles nehmen. Äh, äh, Kiste kaputt machen? Ich habe einfach alles rausgenommen. Weil ich so schnell bin. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ah, schnell weg. Schnell raus, bevor wir wie eine Fälle aktivieren können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Hölle stürzt ein. Ah, ich glaube auch. Oh, was ist das? Ich stürzt ein. Nell hoch. Nell hoch, nell hoch, nell hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Raus hier. Oh, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Snell hoch, schnell hoch. Du, wie leid, ich will überleben, Iki. Hey. Gap ich dir hoch. Oh, mach das zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Iki, wir müssen Iki helfen. Wir müssen Iki helfen. Baut es ab. Icky, schnell. Warum baut ihr denn alles zu? Komm hoch, komm hoch. Komm hoch, schnell. Ey. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast es geschafft. Super. Alter, baut doch nicht alles zu. Tut mir leid, Icky. Und wie viele Diamanten habt ihr? Haut mal raus. Nur 14. Hä? Und du? Was? Ich habe 64 und nochmal 28. Ja, ja, du hast wie mehr? Ich habe 64 und 25. Wie kann das denn sein? Stimmt, ich habe auch 64 und nochmal 14. Leute, wir sind stinkreich geworden. Wir werden uns alles demnächst kaufen, auch was wir Lust haben. Und wenn ihr diese Folge cool fandet, dann lasst jetzt ein Like da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Aktiviert die Glocke. Schaut bei Icky vorbei. Da kommen richtig coole Videos. Und bei Licks, da kommen auch richtig coole Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.